Wir sind zurück im nächsten Solo-Battle. Wir treten hier zu Hause an gegen die Cleveland Browns. Und nachdem wir jetzt diese Woche zwei Niederlagen kassiert haben, haben wir ab jetzt nur noch Must-Win-Games vor der Brust. Wir müssen jedes Spiel gewinnen. Beginnt hier mit diesem ersten Auftritt gegen die Cleveland Browns. Und dementsprechend hart geht Hart Carr hier rein. Harter Hit gegen den Returner. Der Quarterback ist Peyton Manning. Jetzt also im Dress der ehemaligen Colts Quarterback im Dress der Cleveland Browns. So, wir starten miteinander Man-To-Man-Defense. Eine Mann-Deckung gegen die Offense der Browns. Und gleich ein vollständiger Pass. Sehr gute Moves. 24-Jahr-Raum-Gewinn. Gleich mal ein Big Play. Der Wide Receiver, ja, der absolute Wide Receiver, Jay Rice, mit dem Big Play. Erster und Zehn an der 45-Jahr-Dinie. Starker Beginn von Fleetwood. Der Lauf hat nicht funktioniert. Walter Payton verliert ein Yard. Zweiter Versuch. Und elf Ball an der 44-Jahr-Dinie. Schneller. Ja, das war ein Run, was ein Ladderall war. Ein Ladderall auf die Außen-Auf-Rise. Der verliert aber auch hier. Jetzt haben wir einen dritten. Und das könnte jetzt gleich schon beendet sein. Das ist ein Sack. Peyton Manning geht zu Boden. Ed Tuttle-Jones mit dem Sack. Vierter und 24. Das war schon sehr eindrucksvoll. Nachdem die Cowboys, muss man damit sagen, das erste Play komplett verpennt haben. Haben sie hier mal kurz aufs Gas gedrückt. So, an der 20-Jahr-Dinie nimmt Deion Sanders den Kick auf. Retorniert über die linke Seite. Hat da Raum und kommt an die 42-Jahr-Dinie der Browns. Starker Return der Cowboys. Unsere Offense. Angeführt von Kurt Warner. Kommt aufs Feld. Oh, ich wollte über die Außen laufen. Da zeigen mir gerade die Cleveland Browns den Blitz an. Schneller Wurf auf Terrell Owens. Bevor der Blitz bei Warner einschlagen kann, ist das der Touchdown für die Cowboys. Terrell Owens in der Endzone. 6 zu 0 der Spielstand. So, Terrell Owens von links. Irwin von rechts. Aufs Landroutes. Und ein Kurt Warner, der selber in die Endzone läuft. 8 zu 0 die Führung für die Cowboys. Das ist nochmal ein sehr guter Start in dieses Solo-Battle gewesen. Aber hoffen, dass es so weitergeht. Den stoppen die Cowboys an der 22-Jahr-Dinie. Erster Versuch und 10 für die Cleveland Browns. Ball an der 22-Jahr-Dinie. Peyton Manning ist wieder hinterm Center. Lauf von Walter Peyton. Zweiter Versuch und 7. Wieder Walter Peyton und da ist eine Riesenlücke. Sanjayo mit dem Tackle. Aber dritter Versuch und Zentimeter. Third and Inches an der 32-Jahr-Dinie. Und das ist kein First Down. Jim Brown, die Running Back-Legende der Cleveland Browns, wird gestoppt. Bevor er über die First Down-Markierung kommen kann. Wir sehen den nächsten Punt. Das war jetzt ein ganz schnelles Three-And-Out. Es läuft nicht in der Offense der Browns. An der 15-Jahr-Dinie nimmt Sanders den Ball auf. Retoniert diesmal über die rechte Seite. Alle Dachtagen wird über links gehen. Und der Ball ist schon wieder in der Hälfte von Cleveland an der 42-Jahr-Dinie. Und das macht es natürlich angenehm für die Cowboys. Über die rechte Seite. Vier Sekunden noch zu spielen im ersten Quarter. Ein Jahr Traumgewinn war das nur für Emmett Smith. Das erste Quarter ist vorbei. Die Cowboys führen mit 8 zu 0. Wir nehmen den Trail. Und zu Ritten und da Mike Cooper attackieren. Und die Mitte. Der Ball geht zu Emmett Cooper. Und das ist ein First Down in der Red Zone von Cleveland an der 16-Jahr-Dinie. Starker Catch von Emmett Cooper. So, Drive-Thru Corner. Wir schicken Michael Irwin von rechts, Comet in Motion. Achten auf unsere beiden Tie-Dans. Rechts und links der O-Line. Wir sind gut gedeckt. Aber nicht Michael Irwin. Ball an der 7-Jahr-Dinie. Zweiter Versuch. Und eins. Counterplay über Emmett Smith über die linke Seite. Das ist der Touchdown für Dallas. Da merkt Cleveland zu spät, was die Cowboys vorgehabt haben. Da ist Emmett Smith schon in der Endzone. Der Tackle-Versuch ist, glaube ich, sogar erst hinter der Goal-Line erfolgt. Ounce von links auf einer Slant. Blick geht zu Jason Witten. Ja, und wieder muss es Warner selber machen. Und er ist ja wirklich nicht der schnellste Quarterback, aber es reicht. 16 zu 0 Cowboys. Minute Warning. Wir sehen den Kick auf. An der 6-Jahr-Dinie nehmen die Browns den Ball auf. Und da haben sie eine Lücke. Und was für eine Lücke. Bis an die 31-Jahr-Dinie. Tyreek Hill. Ja, der Returner. Schlechthin momentan, würde ich mal sagen, in der NFL. Von den Kansas City Chiefs. Brandgefährlich. 1. und 10 an der 31-Jahr-Dinie. Oh, da verliert Walter Payton. Mächtige Yards bei diesem Laufversuch. Die Markus Lorenz macht die Ecke zu. 2. und 14 damit. Der Ball ist an der 35-Jahr-Dinie der Cowboys. Vollständiger Pass hier. Der ist an die 26-Jahr-Dinie. Wieder Rice mit dem Catch. Also das funktioniert. Diese Achse Payton Manning-Jerry Rice. Ich habe die Frage, warum machen sie das nicht öfters? Oh, viel zu viel Zeit. Und dann wirft Manning den Ball über die Endzone. Wörter versuchen 5. Die Browns schicken ihre Field-Go-Diode aufs Feld. Der Kick ist gut. Die Browns sind auf dem Scoreboard. 16 zu 3 der neue Spielstand. Dank dieses guten Returns von Tyreek Hill konnten die Browns also ein Field-Goaler. Da habe ich gedacht, ich hätte eine Lücke in der Mitte gesehen. Die war leider Gottes schnell wieder zu. Erster und 10 an der 32-Jahr-Dinie. Vor Viertekuts. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Terrell Owens im Slot. Und wir haben einen Running Back. Wir haben Emmett Smith. Kommt an die 41-Jahr-Dinie. Zweiter Versuch. Und 2. Wir nehmen wieder den Trail. Wir achten auch hier jetzt wieder ganz besonders auf Amai Cooper. Aber der ist da schon wieder frei. Und das ist eine Incompletion. So, wir haben einen dritten und zwei. Wir nehmen mal einen Slot out. Wir achten auf Amai Cooper, der direkt nach vorne geht. Witten attackiert die Mitte. Und der geht mal komplett in die Hose. Und mein Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Einfach mal einen Spielzug auspacken, den wir so überhaupt nicht beherrschen. Und das sollte man nicht tun. Jones muss panten. Das Momentum ist gerade auf den Seiten. Ich traue es mich kaum zu glauben. Kommt zu sagen, der Cleveland Browns. An der 32-Jahr-Dinie kommt Peyton Manning wieder aufs Feld. Drei Auszeiten. Entschuldigung, zwei Auszeiten haben die Browns noch. Einen haben sie gerade eben genommen. Nachdem sie gesehen haben, dass die Cowboys hier verteidigen also in der Zone. Vollständiger Pass. Der Receiver geht ins Aus. Hält damit die Uhr an. Drei Yards Raum gewinnt. Der Ball ist an der 36-Jahr-Dinie. 52 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Stark verteidigt von Carr. Dritter und sieben. Ball an der 36-Jahr-Dinie. Das ist die nächste Completion. Vierter und zwei. Und jetzt machen wir es genauso, wie es eben die Browns gemacht haben. Wir nehmen jetzt ebenfalls eine Auszeit. Wir haben noch 41 Sekunden auf der Uhr. Die Browns hätten die Zeit jetzt hier komplett runterlaufen lassen. Oh, das ist ein guter. Sanders nimmt den Ball auf. Versucht hier noch ein paar Yards zu machen. Immerhin an der 10-Jahr-Dinie. Das waren so fünf Yards, die diese Aktion noch gebracht haben. Aber so stehen wir nicht komplett mit dem Rücken zur Endzone. So, ein Lauf über Emmett Smith. Ein Stretch über die rechte Seite. Und der Running Back der Cowboys ist unterwegs. Kommt an die 23-Jahr-Dinie. Neuer erster Versuch um 10 für Dallas. Ein weiterer Lauf über die linke Seite. Und Emmett Smith ist unterwegs. Oh, da kommt er nicht nach vorne. Da verlieren die Cowboys sogar, glaube ich, ein Yard. Zweiter und Zehn. Da haben sie es gerade noch geschafft, an die Lando Scrimmage zurückzukommen. Und jetzt kein Timeout mehr genommen. Das dürfte das letzte Play sein. Aggressive Defense hier der Cleveland Browns. Die ein Timeout nehmen. Dritter und Zehn. Und die hoffen wirklich noch mal in den Ballbesitz zu kommen. Sieben Sekunden vor dem Ende. Hoffentlich werden die Browns dafür nicht gewaltt. Weil jetzt habe ich schon den Ehrgeiz, ehrlich gesagt, ihnen dafür noch etwas einzuschenken. Und zwar in Form eines Runs von Emmett Smith. Das ist der Touchdown für Dallas. Das haben die Cowboys so ein bisschen als Majestätsbeleidigung aufgefasst. 22, 3 der Spielstand. Verdutzte Gesichter bei den Browns. Two-Point-Conversion. Irwin von links im Slot. Blick geht zu Jason Whitten. Irwin ganz allein in der Endzone. Es steht 24 zu 3 für Dallas. Die erste Halbzeit ist vorbei. So, die zweite Hälfte müssen die Browns mit dem Kick-Off eröffnen. Sanders nimmt den Ball auf an der eigenen 7-Yard-Linie. Ist gestoppt an der 30. So, Misdirection-Shot. Ein Play-Action-Spielzug. Blitz angezeigt von der linken Seite. Und richtig viel Zeit. Trotz eines Blitzes. Terrell Owens ist in der Endzone. Er verwandelt diesen präzisen Pass von Warner zum Touchdown. Und jetzt, glaube ich, gehen den Cleveland gerade die Lichter aus. 15 Sekunden, die, glaube ich, den Cleveland Browns hier den Nerv geraubt haben. Two-Point-Conversion. Diesmal geht der Ball zum Tight End. Er steht 32 zu 3. Man hat so ein bisschen das Gefühl, damit ist der Drops hier gelutscht. Klingt der Cowboys. An die 4-Yard-Linie. Cleveland mit dem Return. Der ist gestoppt an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch von 10. Für die Cleveland Browns. Cowboys in einer Man-to-Man-Coverage. Erster und 10. Tight End geht in motion. Incomplete Pass. Gut verteidigt hier von Sean Lee. Zweiter Versuch von 10. Muss auch mal was zeigen. Beste Aktion immer noch nach diesem Kick-Off-Return von Tyreek Hill. Aber in der Offense kommt nicht viel. Es ist ein Dritter und 9. Das sieht schon wieder nach einem ganz schnellen Three-And-Out aus. Ich glaube aber auch, dass die Cowboys mit der Defense den Browns zu den Zahn gezogen haben. Das war ein starker Pass von Manning. Neues First Down. Und wieder Jay Rice. Wie gesagt, das funktioniert. Warum spielen sie das nicht öfters? Erster und 10. An der 37-Yard-Linie. Laufversuch. Walter Payton. Die Marcos Lawrence tackled ihn im Backfield. Dreier als Raumverlust. Zweiter und 13. Oh, wieder dieser Ladderer. Oder diesmal war es ein Pass. Es war keiner. Aber es ist halt immer teilweise schwer zu sehen, dass hier eine ganz knappe Nummer ist. Aber Fakt ist, das Ergebnis. Dritter und 13. Ball an der 34-Yard-Linie. Da wirft Manning und das ist ein wunderschönes Play. First Down an der 42-Yard-Linie. Die Sean Jackson von den Philadelphia Eagles mit dem Catch. Cowboys wechseln jetzt in eine Zone und verteilt eine Coverfall. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Und auf einmal klappt es noch mit dem Lauf. Das ist ein zweiter Versuch und 5. Und die nächste Completion von Manning. Unfassbar guter Football der Cleveland Browns. 8 von 11 ist Payton Manning. Also, das muss man sagen, das spielen sie hier richtig gut. Sind an der 21-Yard-Linie. Kurz vor der Red Zone der Cowboys. Erster und 10. Walter Payton, das ist ein First Down. Guck mal, jetzt sind sie in der Red Zone. First Down war das natürlich nicht, war eben in erster Versuch und 10. Aber sie haben die Red Zone erreicht. Zweiter Versuch und 5. Weil er in der 16-Yard-Linie wir nähern uns dem Ende des dritten Quarters, in dem die Cowboys nicht einmal im Ballbesitz waren. Warum sie das immer wieder probieren, weiß kein Mensch. Dritter Versuch und 5. Wir sind im Schlussviertel. Die Browns echt hier mit einem richtig guten Drive. Damit hat, glaube ich, kaum noch einer gerechnet, hier so viel Überlebenswillen der Browns zu sehen. Incomplete Pass. Byron Jones klebt an die Sean Jackson. So, jetzt haben wir einen vierten Versuch und 5. Und die Browns entscheiden sich, die Field Goal Unit aufs Feld zu holen. Das ist ein Fake und er geht in die Hose. Ballbesitz Cowboys an der 26-Yard-Linie. Er wird bei einer, keiner blockt. Geht das Ding in die Hose. So, die Cowboys kommen an der eigenen 26-Yard-Linie. Und der Offense aufs Feld. Wir laufen mit Hermann Smith. Joy Polamalu mit dem Tackle. Zweiter Versuch und 3. Aber jetzt wird natürlich hier weitergelaufen. Wir führen mit 29 Punkten. Ich möchte jetzt nur noch Zeit von der Uhr nehmen. Hermann Smith mit dem Run durch die Mitte. Oh, da wäre er fast sogar komplett durch gewesen. Kommt an die 48-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. Der Ball an der 48-Yard-Linie wieder. Hermann Smith er wühlt sich da nach vorne bis an die 46-Yard-Linie. Das ist ein zweiter Versuch und 3. Und wir sind angekommen beim 2-Minute Warning. So. Die letzten zwei Minuten laufen. Beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. Ich glaube nicht, dass die Cleveland Browns hier sehr danach hinterher sein werden, die Auszeiten zu nehmen. Dritter Versuch und 2. Das wäre eigentlich jetzt genauso eine Gelegenheit für ein Time-Out. Und da kommt nichts. Lauf Hermann Smith über die rechte Seite. Wir brauchen ein First Down. Das haben wir uns jetzt geholt. Und Hermann Smith macht mehr da draus. Touchdown für die Cowboys. 38 zu 3. 3 zu 3. So. Wir gehen auch hier wieder auf die Two-Point-Conversion. Immer ein Stick. Achten auf Erwin links im Slot. Jason Witten, der Titan ist unsere Sicherung. Der ist Muttersehen. Alleine. Oh nein. Und da läuft er aus der Endzone raus. So kannst du natürlich keine Two-Point-Conversion erzielen. 3 beim 38 zu 3. So 1,37 haben wir noch auf der Uhr. Peyton Manning und die Offense der Browns kommen nochmal aufs Feld. Nach diesem echt schönen Drive, den sie dahin gelegt haben. Und auch, dass wir am Ende ein Field-Goal-Fake probiert haben, muss man ihnen echt anrechnen. War halt nur schade, dass es nicht funktioniert hat. Erster und 10 an der 25-Jahr-Dienung. Und das ist... Oh, kein Sack! Stattdessen eine Completion auf Jerry Weiss. Da muss die Marcus Lawrence doch den Sack setzen. Neuer erster und 10 an der 46-Jahr-Dienung der Cowboys. Was für ein Play! Wieder eine Completion. Der Ball ist an der 34-Jahr-Dienung. Wir haben einen ersten und 10. Diesmal ist der Sack da. Ed Tutol-Jones macht es besser als ein Kollege von der anderen Seite der die 40-Jahr-Dienung. Wieder eine Completion. Ball an der 29-Jahr-Dienung. Dritter Versuch und vier. Die Uhr läuft weiter herunter. Der dritte Sack von Ed Tutol-Jones. Vierter Versuch und zwölf. Den schmieren sie aus. Und nochmal eine Completion auf Jerry Weiss. hat nicht gereicht für ein First Down. Turnover on Downs. Ballbesitz für die Cowboys an der eigenen 26-Jahr-Dienung. Noch 13 Sekunden auf der Uhr. Lass uns noch einmal mit Emmett Smith durch die Mitte laufen. Dann ist das Ding hier durch. Die Uhr läuft weiter unter. Beide Teams nehmen hier keine Auszeiten mehr. So, und damit ist es vorbei. 38 zu 3. Schlagen die Cowboys die Cleveland Browns in diesem ersten Must-Win-Game. Dann wären wir leider noch vier Stück vor uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.